Fast alle EU-Länder unterstützen den Ausschluss Russlands von SWIFT. Ich hoffe, dass Deutschland und Ungarn den Mut haben, diese Entscheidung zu unterstützen. Wir haben den Mut, unsere Heimat zu verteidigen, Europa zu verteidigen. Wir haben Stand gehalten und die feindlichen Angriffe abgewehrt. Die Kämpfe gehen weiter in vielen Städten und Regionen des Landes. Aber wir wissen, was wir beschützen. Das Land, die Zukunft unserer Kinder. Es ist unsere Armee, die Kiew und die umliegenden Städte kontrolliert. Ich will, dass mich jetzt jeder in Russland hört. Tausende Opfer, hunderte Gefangene, die einfach nicht verstehen können, warum sie in die Ukraine geschickt wurden. Sie wurden hergeschickt, um zu sterben, um andere zu töten. Je früher ihr eurer Regierung sagt, dass der Krieg aufhören muss, desto mehr Menschen werden überleben.